Hallöchen Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei seid. Ich sitze noch an meinem Schminktisch und wie ihr wahrscheinlich schon an der Kameraperspektive und alles sehen könnt, ich drehe heute mal einen Vlog, denn ich drehe heute ein Format, was viele, viele Leute angefragt haben, weil ich hatte ja vor drei Wochen ungefähr ein Video hochgeladen, wo ich erzählt hatte, dass ich aktuell abnehme und damals waren es fast 20 Kilo, da hatte ich es noch nicht erreicht und jetzt sind es mittlerweile 23 Kilo, die runter sind. Also es geht stetig und ständig nach wie vor weiter runter, was mich sehr glücklich macht und ja, da haben halt viele gefragt, was esse ich denn genau, ob ich das mal irgendwie in einer Art What I Eat in a Day zeigen könnte und das mache ich heute. Ja, ich nehme euch einfach den ganzen Tag mit, was ich so esse und ich habe noch nicht gefrühstückt und das machen wir jetzt als erstes, weil ich habe mega Hunger und es ist aktuell nämlich schon 11.51 Uhr, es ist gleich 12 Uhr und ich bin nachher noch verabredet zum Spazierengehen heute. Zu dem Thema kommen wir auch noch, was mache ich für Sport während jetzt in diesem zweiten Teil Lockdown, während alles zu hat. Und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt direkt los, weil ich habe Hunger. So, das ist jetzt eine etwas komische Kameraperspektive, aber ich musste euch hier irgendwie an diesen Schrank binden, weil ich nicht weiß, wo ich meine Kamera sonst hinstellen soll, sodass ihr mich seht. Deswegen müsst ihr jetzt kurz mit der Perspektive leben. Bevor ich jetzt aber irgendwas auf irgendwas Essensmäßiges eingehe und sowas. Also, erstens nochmal eine Triggerwarnung an die Menschen, die eventuell in der Vergangenheit Probleme, Schwierigkeiten, Essstörungen oder sonst was haben, vor allen Dingen, wenn es um Kalorienzellen geht, dann ist dieses Video für diese Leute speziell nicht. Weil ich da wirklich gerne den Disclaimer vorneweg setzen möchte, dass auch gerade bei Diäten oder Ernährungsumstellungen, wie ich es ja mache, dass man da halt immer aufpassen muss und ja, sich da nicht so ein bisschen drin verliert. Also, wer da irgendwie psychische Probleme haben könnte, der sollte sich das Video einfach im Allgemeinen nicht angucken. Ich sage es jetzt nur als Vorwarnung und ja. Und was ich auch noch als zweiten Disclaimer sagen wollte, ich bin weder Fitnesstrainer, wie man glaube ich sieht, oder noch Ernährungsexperte oder sonst was. Ich wurde einfach gefragt, was esse ich so im Laufe des Tages. Ich mache bestimmt nicht alle Sachen richtig, da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn ihr seht, dass ich irgendwas falsch mache, irgendwas nicht so gut ist oder ich irgendwas anders machen sollte, dann sagt mir das bitte. Schreibt es mir nett in die Kommentare, aber ich kann genauso dazulernen wie alle anderen. Aber das ist das, was ich so bisher gemacht habe und was sich bisher bewährt hat. Also, ich hatte ja letztes Mal schon in meinem anderen Video erzählt, dass ich immer so eine App benutze. Die heißt MyFitnessPal. Das ist die App hier. Seht ihr die? Die sieht so aus. MyFitnessPal. Und die benutze ich immer, da könnt ihr, bevor ihr diese App quasi startet, fragt ihr euch, wie groß ihr seid, wie alt ihr seid, wie viel ihr wiegt, was euer Ziel ist, was ihr abnehmen möchtet, wie viel ihr ungefähr die Woche abnehmen möchtet, beziehungsweise bis wann euer Ziel ist. Und dann rechnet ihr quasi alles aus. Das heißt, ihr rechnet anhand eurer Größe, anhand eures Gewichtes, anhand eures Alters etc. euren Umsatz aus, den ihr essen könnt. Ich habe das jetzt, warte mal, letztes Mal wurde ich nämlich, deswegen, ich habe das nämlich letztes Mal im Video falsch gesagt, nicht der Grundumsatz, weil unter denen sollte man sowieso nicht kommen, weil das ist ungesund, sondern der allgemeine Umsatz. Ist doch auch völlig egal, ihr wisst, was ich meine, also die Kalorien, die man am Tag quasi essen darf. Und ich habe übrigens die kostenfreie Version, deswegen seht ihr hier die ganze Entwerbung. Aber hier ist dann quasi das, was ich theoretisch jeden Tag essen dürfte. Hier kommt dann hin, was ich schon gegessen habe. Und diese Zahl, die erinnert sich auch jeden Tag. Ich habe die App mit meiner Apple Watch verbunden. Die ist zum Beispiel ein Schrittzähler oder da könnt ihr eintragen, wenn ihr Sport gemacht habt und sonst was. Also was ihr quasi an Kalorien, in Anführungszeichen, wieder gut geschrieben bekommt. Das kommt dann quasi nach oben drauf. Mein tägliches Ziel darf nicht über 2560 Kalorien kommen. Das heißt, sonst würde ich theoretisch zunehmen. Bei 2560 Kalorien, wenn ich die essen würde, würde ich mein Gewicht halten. Das ist sehr viel. Also das klingt jetzt sehr viel. Aber ich wiege auch viel. Beziehungsweise ich habe auch sehr viel gewogen. Und das ist, das variiert halt. Je nachdem, wie viel man wiegt, wie groß man ist, etc. Also da ist es halt unterschiedlich. Es gibt Leute, die müssen weniger essen, weil sie einfach kleiner sind und weniger wiegen und keine Ahnung was. Und dann, ja. So und auf jeden Fall kann man dann hier, gibt es dann halt wie gesagt Frühstück. Okay, ihr seht gerade gar nichts. Aber dann gibt es hier auf jeden Fall Frühstück, Mittag und Abendessen und Snacks. Und dort kann man dann halt eintragen, was man halt die ganze Zeit so isst. Und damit das auch richtig akkurat ist, mache ich es so, dass ich meine Lebensmittel auch größtenteils abwiege. Ich habe einfach eine ganz normale Küchenwaage. Und dann weiß ich immer ganz genau, wie viel Gramm habe ich jetzt da und davon gegessen. Wie viel Gramm habe ich da. Es ist ein bisschen anstrengend. Es ist super nervig. I know. Aber so kommt ihr wirklich auf die akkurate Kalorienzahl. Und die meisten Artikel kann man zum Beispiel auch scannen. Also es gibt ja auf den meisten Artikel hinten immer einen Barcode. Und den kann man dann in der App genauso einscannen. Dann findet der das genau und gut ist. So, aber kommen wir jetzt zum Frühstück. Ich esse meistens immer eigentlich das gleiche Frühstück, weil ich damit happy bin. Also es variiert trotzdem immer ein bisschen. Beziehungsweise ich esse immer entweder zwei Dinge. Entweder mache ich mir meistens eine Bowl. Irgendwie so eine Smoothie Bowl oder sowas. Mache ich in letzter Zeit aber weniger. Weil ich das Gefühl habe, ich werde von so einer Smoothie Bowl nicht so richtig satt. Langfristig gesehen. Deshalb greife ich meistens zurück auf Reiswaffeln. Oder Knäckebrot. Weil, passt auf, folgender Grund hat das. Ich versuche halt meine Kalorien irgendwie clever aufzuteilen. Aber auch so gesehen, dass es trotzdem gesund ist. Und dass ich natürlich auch, ich sag jetzt mal, nicht nur ein Toast esse. Und dann den halben Tag Hunger habe, weil ich mir denke, ja okay, so ein Toast hat mich jetzt nicht so satt gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen versuche ich das immer, ich habe versucht halt Lebensmittelalternativen zu finden, die halt irgendwie gesund sind. Aber wo man trotzdem ein bisschen mehr von essen kann, sodass man halt auch satt wird. Das ist mir halt das Wichtigste, dass man nicht hungert. Weil, äh, dann schwöre ich euch, zieht ihr das Ding nicht lange durch. Und dann habt ihr da auch langfristig gesehen keinen Bock drauf. Deswegen habe ich zum Beispiel statt Toast oder Brötchen oder sonst was oder halt auch Vollkornbrot, hat auch, ich sag jetzt mal, eine Scheibe relativ viele Kalorien. Man kann das essen, absolut kein Problem. Das habe ich auch manchmal ab und zu gemacht, aber wenn ich dann so richtig Bock drauf hatte. Aber ich habe einfach für mich gesagt, okay, ich, ähm, habe jetzt eine Alternative gefunden. Und zwar mache ich das meistens so, dass ich, ähm, zum Frühstück entweder Reiswaffeln esse, diese ganz klassischen Bio-Reiswaffeln mit Meersalz. oder halt Knäckebrot. Das von Filinchen finde ich ganz geil. Es gibt aber auch noch bei Bio-Company gibt es auch noch eins, was richtig lecker ist. Das heißt irgendwie Zwiebelschnitten oder sowas. Die sind auch richtig geil. Und ich weiß, jetzt kommen so die ersten, die sich denken, so, äh, Reiswaffeln, übelst eklig. Aber ich mache mir die halt cool. Weil das Ding ist, man kann, ich glaube, sechs Reiswaffeln haben genauso viel Kalorien wie eine Scheibe Toast. Ich glaube, so war das ungefähr. Ich habe das mal ausgerechnet, das war erschreckend. Und deswegen, ganz ehrlich, ich esse lieber sechs Reiswaffeln mit irgendwas drauf als ein Toast. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt decken sich bestimmt einige, ja, aber bei sechs Reiswaffeln musst du doch auch wieder mehr Sachen draufpacken, damit es schmeckt. Theoretisch schon, aber da achte ich halt auch darauf, dass es halt gesunde Sachen sind, wie zum Beispiel Putenbrust und sowas, was hat auch nicht viel Kalorien und so weiter. Aber heute habe ich Bock auf eine Free Chebacadou, also eine Avocado. Die habe ich mir gestern geholt und die ist jetzt auch schon reif. Und ich esse heute zum Frühstück zwei Reiswaffeln. Wie gesagt, normalerweise esse ich auch meistens mehr, heute reichen mir aber zwei, weil ich darf ein Avocado esse. Avocado ist super gesund, hat an sich theoretisch gesehen viele Kalorien. Ich glaube, eine Avocado liegt so ungefähr bei 250 Kalorien, was schon relativ viel ist. Aber man muss dazu sehen, dass Avocado sehr gesunde Fette hat. Also sie ist zwar sehr fett, aber sie hat gesunde Fette. Und man muss ja auch trotz alledem, während man sich Diät macht, wie ich es jetzt mal nenne, oder halt eine Ernährungsumstellung, sollte man trotzdem darauf achten, dass man trotz alledem gesunde Fette zu sich nimmt. Also die sind zum Beispiel in Avocado drin, zum Beispiel Lachs hat auch viele gesunde Fette, etc. Diese ganzen Sachen rauszufinden, was ist gesund, wo sind gute Fette drin, wo sind schlechte Fette drin, etc. Das lernt man alles irgendwie im Laufe der Zeit, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und die App hilft einem auch super, super gut. Das heißt, wenn ich jetzt, ich scanne jetzt zum Beispiel in dieser App diese Reiswaffeln. Hier ist dieser QR-Code drauf. Scanne die und jetzt sagt ihr das zum Beispiel 1 Reiswaffeln, also 1 Reiswaffeln, 25 Kalorien. Das ist halt nichts. Also das ist literally Luft, also es schmeckt auch nach Luft. Aber deswegen mache ich mir das drauf. Ja genau, da gebe ich jetzt hier halt ein, dass ich halt 2 davon gegessen habe, sind, bin ich bei 50 Kalorien. So, dann würde ich jetzt noch dazu packen, dass ich eine Avocado gegessen habe. Und die hätten jetzt hier in dem Fall 240 Kalorien und das ist das, was ich meinte. Wenn zum Beispiel, weswegen ihr gut auch über Nahrungsmittel lernen könnt, ist, dass die App euch auch immer so gute Infos gibt. Weil bei Avocado steht jetzt hier zum Beispiel, dieses Nahrungsmittel enthält viele Ballaststoffe. Wusste ich vorher nicht, ist super. Wieder was gelernt. Und daran erkennt man auch immer wieder so, okay, was ist gesund, was ist nicht gesund. Oder wenn zum Beispiel viel Natrium ist in einem Essen, dann sagt dir die App auch so, Achtung, dein tägliches Natrium-Ziel liegt bei so und so viel Milligramm. Versuch da nicht rüber zu gehen. Oder solche Sachen. Also hier müsstet ihr das jetzt sehen, dass das hier in grün steht, dass es halt quasi super ist. So, und dazu mache ich mir jetzt immer noch Körnigenfrischkäse. Den packe ich auch immer noch rauf. Also den packe ich erst Körnigenfrischkäse auf die Reiswaffeln. Und dann mache ich mir die Avocado rauf, salze und pfeffere die noch ein bisschen. Und dann bin ich happy. Meistens trinke ich dazu noch einen Latte Macchiato. Den trage ich auch ein. Also ist es auch wichtig, dass wenn ihr solche Getränke tränkt, wie zum Beispiel was Milch enthält oder süße Getränke oder sowas, dass ihr die auch in die App eintragt. Weil dann seid ihr wirklich eigentlich auf der sicheren Seite. und ja, seid ihr ziemlich akkurat. So Friends, ich bin jetzt schon im Auto. Und das Frühstück war übrigens sehr lecker. Meine Kamera hatte nun gerade kein Akku mehr und ich musste die gerade nochmal aufladen. Deswegen konnte ich euch nicht den Rest des Frühstückes zeigen. Aber das war ja auch eigentlich fertig. Ich hatte das in der App auf jeden Fall dann alles zusammengetragen. Und das lag dann bei wie viel? 384 Kalorien oder sowas. Also echt nicht viel. Aber durch die Avocado wird man auch eigentlich relativ gut satt. Und jetzt bin ich, wie gesagt, zum Spazierengehen verabredet. Mit einer Freundin. Und wir treffen uns am Grunewaldsee. Das ist hier in Berlin so ein relativ bekannter See. Wenn man dort einmal rumläuft, dann ist man bei ungefähr vier Kilometern. Und vier Kilometer sind, wie gesagt, ungefähr 10.000 Schritte. Und man soll ja auch am Tag so mindestens 10.000 Schritte laufen, sagt man. Und das ist halt immer eine ganz gute Bewegung, wenn ich halt, wie gesagt, keinen Bock auf Homeworkouts habe. Und deswegen mache ich das heute. Und jetzt hole ich mir erstmal den Hund meiner Eltern ab. Weil mit einem Hund macht das Ganze viel mehr Spaß, Gassi zu gehen, finde ich. Oder so spazieren zu gehen. Und dann ist das für den auch super. Und danach hole ich meine Freundin ab. Und dann fahren wir zu dem See. Mein kleines Schwein. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt im Grunewaldsee. Und das ist meine Freundin. Hallo. Und wir gehen jetzt Gassi. Aber bevor wir Gassi gehen, stelle ich jetzt erstmal gleich meine Uhr ein. Also ich benutze halt immer die Apple Watch. Und hier oben stelle ich jetzt einfach zum Beispiel ein, dass ich heute... Ach, wo ist es? Nee, Yoga machen wir heute nicht. Dass ich jetzt ein Outdoor-Gehtraining mache. Und der zieht dann automatisch die Schritte und die Kalorien mit. Und das überträgt sich dann gleichzeitig in die App. Und ich zeige euch jetzt dann gleich, wie es ist, wenn wir fertig sind. Guckt mal, wie schön das hier ist. Das ist nicht toll. Vor allem heute ist so herrliches Wetter. Und hier kann man richtig gut spazieren gehen. Boah, das sieht halt echt richtig schön. Das sieht aus wie gemalt gerade in der Kamera. Aber es ist wirklich wunderschön hier. Und dann geht man hier quasi einmal um den ganzen See rum. Bis da hinten. Und dann sind wir da hinten wieder da. So, wir sind jetzt fertig. Und wir sind jetzt 4,54 Kilometer gelaufen. Und ja, das waren jetzt ungefähr 300 Kalorien. Und das ist super. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Und ich mache mir jetzt gleich was zu essen. Ich war gerade noch einkaufen. Und habe bei DM so ein Porridge gefunden. Und ich glaube, den werde ich mir mal morgen früh zum Frühstück machen. Weil damit ich nicht jeden Tag... Huch, Salam, meine Uhr dreht gerade durch. Damit ich nicht jeden Tag das Gleiche esse. Und halt einfach auch mal so ein bisschen Abwechslung drin habe. Ist auch gut für Leute, die zum Beispiel süßes Frühstück eher mögen. Da ist das klasse. Und was ich jetzt nämlich immer, wenn ich überlege, was ich so esse, dann kann ich euch eine Instagram-Seite super empfehlen. Das ist nämlich eine Instagramerin, die selber gerade abnimmt. Und die, ihr Kanal dreht sich nur um Rezepte. Und der heißt nämlich Kochgenuss. Der ist, glaube ich, noch relativ unbekannt. Also ich finde, sie hat mehr von deinem Verdienst, sage ich euch ganz ehrlich. Weil ich finde, sie macht wirklich, wirklich tolle Rezepte. Ich habe euch jetzt hier mal ihr Instagram so eingeblendet, dass man mal so ein bisschen sieht, was sie so macht. Und ich habe auch schon mehrere Sachen von ihr nachgekocht. Und sie macht wirklich geile Sachen. Und das Coole ist, ich schreibe die Kalorienzahl immer direkt daneben. Damit man ungefähr weiß, okay, ja, das ist heute noch drin. Oder das eher nicht. Oder was auch immer. Und ich habe das neulich schon mal von ihr gemacht. Und ich habe da heute wieder mega Bock drauf. Ich glaube, ich mache heute mal von ihr die Selfmade Flammkuchen. Der Teig, den sie da macht, der ist sogar vegan. Und das ist super, super easy. Aber sie macht den in dem Rezept mit Zinkkäse und Kürbis. Ich mache den heute aber mit Lachs und grünem Spargel. Habe ich mir gedacht. Von ihr hole ich mir immer so ein bisschen die Inspiration. Und jetzt wollte ich nochmal auf das Thema Kalorien allgemein einsteigen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich immer diese App MyFitnessPal benutze. Die ist amazing. Und dort rechnet ihr, wie gesagt, quasi euren, das aus, was ihr am Tag essen dürft. Beziehungsweise das rechnet das aus, was ihr am Tag esst, um euer Gewicht zu halten. Und um ihr abzunehmen, muss man in ein Kaloriendefizit kommen. Und ich sehe voll oft irgendwie auf Instagram oder auf TikTok vor allem so Videos von Mädels, die abnehmen wollen. Und dann weniger als 1000 Kalorien am Tag essen. Und ich kann euch direkt sagen, egal, was für ein Wert da bei euch rauskommt. Weil der ist ja bei jedem unterschiedlich. Also es gibt Leute, die, ich darf zum Beispiel 2500 essen. Da gibt es aber auch welche, die dürfen nur, weiß ich nicht, 1900 essen zum Beispiel. Und müssen daraus ein Defizit machen. Das ist halt, wie gesagt, wirklich bei jedem unterschiedlich. Und egal, aber wer du bist, wie alt du bist, wie groß du bist, unter 1000 Kalorien ist zu wenig. Und das zählt unter den Crash-Diäten, das zählt unter den Radikal-Diäten und das ist nicht gesund. Weil ihr dort einfach auf Dauer eine Mangelernährung habt. Weil ihr durch 1000 Kalorien könnt ihr gar nicht genug Vitamine und sonst was, alles, was es alles gibt. Und Kohlenhydrate und Eiweiße und sonst was aufnehmen, die euer Körper braucht. Und das ist einfach nicht gesund. Also das könnt ihr euch direkt hinter die Ohren schreiben. Alles, was da drunter ist, ist ungesund. Und führt im Endeffekt auch immer zu einem Jojo-Effekt. Egal, wie gut ihr euch da noch weiter ernährt. Es führt einfach auf Dauer gesehen zu einem Jojo-Effekt, weil ja irgendwann, ihr könnt euch euer Leben lang 1000 Kalorien essen. Das funktioniert nicht. So, und ich habe mal gelernt, dass ein Kaloriendefizit, weil ich finde, ich habe das auch mal versucht zu googeln. Und irgendwie gibt es im Internet auch nicht so richtig da eine Antwort, wie hoch oder wie niedrig darf denn das Kaloriendefizit sein. Und zumindestens, ich finde halt immer verschiedene Antworten. Und ich finde, das Thema ist generell sehr verwirrend. Und ich betone es jetzt auch nochmal hier, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin keine Sportwissenschaftlerin und ich bin mir sicher, dass ich auch noch viele Dinge falsch mache. Und dass mir vielleicht auch Leute widersprechen werden, da bin ich mir auch sicher. Und das, was ich hier auch sage, ist nicht die goldene Regel, außer das mit den 1000 Kalorien. Aber ein Kaloriendefizit sollte von eurem Wert so circa 300 bis maximal 600 Kalorien weniger sein. Also wenn das jetzt bei mir 2560 sind, dann sollten das so ungefähr, die ich am Tag esse, maximal, also mindestens 2000 Kalorien. Und das ist halt super, super wichtig, dass ihr darauf achtet. Auch ein Kaloriendefizit von 1000 gibt es auch viele, die das machen, aber das ist zum Beispiel auch schon wieder sehr extrem, beziehungsweise sehr viel. Und lässt sich auf lange Sicht gesehen einfach schwer durchhalten. Und ich habe das jetzt hier, wie gesagt, in meine App eingetragen und habe jetzt hier zum Beispiel auch schon die Sachen eingetragen, die ich nachher für den Flammkuchen brauche. Und da bin ich jetzt zum Beispiel allein bei dem Flammkuchen bei 946 Kalorien. Das ist relativ viel für ein Essen, aber ich esse da jetzt mehr, weil ich heute Abend nur einen kleinen Salat zu mir nehme und komme dann insgesamt auf einen Kalorienwert 1975. So, das heißt, ich habe heute ein Kaloriendefizit von fast etwas über 500 Kalorien. So, das ist schon, sagen wir mal, sehr viel, aber es ist noch in einem gesunden Bereich, sodass man sagen kann, oder dass man sich sicher sein kann, dem Körper fehlt nichts. Es gibt keine Mangelernährung oder sonst was. Und das ist halt super, super wichtig, dass ihr darauf achtet. Aber um das auch, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Angst, dieses Video auch zu veröffentlichen. Einfach, weil es in dem Bereich Sport und in dem Bereich Ernährung unglaublich viele verschiedene Meinungen gibt. Und man hört an jeder Ecke was anderes. Die einen sagen, nee, das ist richtig. Die anderen sagen, das ist richtig. Und ich will auf keinen Fall ein schlechtes Vorbild sein. Ich will euch nicht vorleben, dass man abnehmen muss oder dass man sich anders nicht wohlfühlen kann oder sonst was. Also wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, warum ich das gerade mache, kann sich das gerne angucken. Das habe ich erst vor ein paar Wochen hochgeladen und ist wahrscheinlich jetzt hier auch gerade verlinkt. Aber ich möchte wirklich sicher sein, dass das, was ich hier tue, gesund ist und das, was ich euch vermittle, genauso gesund ist. Und dass das nicht irgendwas Krankhaftes ist oder sonst was. Ach so, eine Sache wollte ich auch noch ansprechen. Ich bin doch noch nicht ganz fertig. Und zwar geht es nämlich um meine Uhr. Da kriege ich auf Instagram nach wie vor jeden einzelnen Tag Fragen, ob ich die empfehlen kann, was für eine Uhr ich genau habe. Und ich habe die Apple Watch Series 2 und ich liebe sie. Also das ist nicht die aktuellste. Die aktuellste ist, glaube ich, die Series 5 oder 6. Ich glaube, 6 sogar. Und ich finde die wirklich, wirklich, wirklich gut, weil sie unfassbar motiviert. Und wenn ihr das Geld und die finanziellen Möglichkeiten habt, euch eine Fitnessuhr zu holen, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Weil ich merke, wie ich zum Beispiel beim Sport, wenn ich die nicht um habe, 50% weniger Motivation habe. Das ist so krass. Und die, man kann damit so viele Dinge machen, die misst nicht nur euren täglichen, also was ihr am Tag so verbraucht und eure Trainings und sowas und wie es da läuft, sondern die macht noch viel mehr. Man kann da Wettbewerbe gegen sich selbst machen. Man kann Auszeichnungen gewinnen und kann so 7 Tage Trainingswochen abschließen oder kann die perfekte Woche erreichen. Und es gibt so, so viele Sachen, die man damit machen kann. Oder wenn man, wenn zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund von euch auch eine Apple Watch hat, dann kann man die untereinander koppeln und dann kann man sich gegenseitig herausfordern. Oder sieht dann zum Beispiel, wenn ein Freund ein Training abgeschlossen hat. Und dann kann einer das auch nochmal motivieren, wenn man halt sieht, oh ja, mein Kumpel hat sich gerade bewegt und ich jetzt heute noch nicht. Das mache ich jetzt auch. Oder keine Ahnung. Also die, ich finde die Uhr ist wirklich, wirklich cool. Die Series 2 ist auch, auch wenn die, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist und nicht das aktuellste Modell ist, ist sie trotzdem wasserfest. Also ich kann mit ihrer Uhr auch schwimmen gehen. Das mache ich auch sehr, sehr oft. Da kann man dann zum Beispiel, wenn ich damit schwimmen gehe, also sie ist wasserfest. Und dann kann ich da zum Beispiel die Bahnlänge einschreiben. Zum Beispiel, klassische Bahnlänge ist meistens 25 Meter in einem Schwimmbad. Und dann misst die Uhr von ganz alleine nach Distanz gemessen die Bahn. Und du musst, ich muss nichts machen und dann habe ich, zählt ja automatisch viele Bahnen. Ich geschwommen bin, mir viele Kalorien dabei verbrannt wurden. Misst mein Puls die ganze Zeit. Also es gibt wirklich richtig viele coole Sachen. Es gibt sogar eine Walkie-Talkie-Funktion, wo ich mit einer Freundin zum Beispiel über so eine Art Walkie-Talkie in der Uhr reden kann. Und ich liebe halt die Apple Watch. Ich finde die mega, mega gut, weil ich kann sie mit meinem iPhone koppeln und finde die richtig nice. Also die kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Und das wollte ich nochmal zum Thema Fitnessuhren sagen, weil das, wie gesagt, auch immer so ein Thema ist, wo ich viel nachgefragt werde, welche Uhr ich denn habe. So, aber starten wir mit dem Flammkuchen. Ich habe mir jetzt hier einfach so eine Schüssel auf eine Waage gestellt. Und jetzt brauche ich erstmal 120 Gramm Mehl und messe das halt tatsächlich alles sehr genau ab, wie ich schon gesagt hatte vorhin. Ha, 120, genauer geht's nicht. So, jetzt hatte ich gesagt, dass wir Öl brauchen. Und dann nehmen wir auch 10 Milliliter ungefähr. Und jetzt brauchen wir noch 60 Milliliter Wasser, aber okay, das hat auch irgendwie gar keine Kalorien, deswegen ist das auch egal. So, und das Ganze wird jetzt tatsächlich vermischt. Ich vermische das immer mit einem Löffel. Achso, und super, super wichtig ist, dass ihr das Ganze natürlich noch salzt. Das habe ich nämlich tatsächlich letztes Mal vergessen, Salz reinzugeben. Der Teig hat absolut nach gar nichts geschmeckt. So, ich mache das immer so, dass ich mir den Teig quasi auseinanderziehe. So, als nächstes kommt Creme Fraiche drauf und das verteile ich einfach auf dem Flammkuchen. Wie ihr seht, ja, wenn man ein Nudelholz hat, ist das Ganze bestimmt noch ein bisschen besser. Ich besitze sowas aber nicht. Deswegen muss das auch so reichen. So, als nächstes mache ich den Lachs oben drauf. So, mir ist eingefallen, dass ich noch grünen Spargel zu Hause hatte. Und deswegen packe ich den auch noch ein bisschen hier mit drauf. Ich finde, das Ganze sieht einfach jetzt schon mega geil aus. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Keine Ahnung, für wie lange. Ich gucke immer, bis die braun sind. Tada! Und so sieht der Flammkuchen aus dem Ofen aus. Mega, mega lecker. Ich freue mich krass drauf. Und hier ist noch der zweite. Also, es sieht echt mega gut aus. Und es ist definitiv ein absolut geiles Essen, was auch noch gesund ist. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich so das, was ich quasi heute esse. Beziehungsweise, ich mache mir heute Abend auf jeden Fall noch einen Salat. Weil, damit ich einfach auf diese Kalorienanzahl komme. Aber man kann in der Rezeptfindung da sehr, sehr kreativ sein. Und wie gesagt, die Instagram-Seite, die ich euch gezeigt habe, die ist super gut Kochgenuss. Checkt die auf jeden Fall aus. Da findet man immer tolle Sachen. Aber ich habe auch dazu gelernt, sagen wir es mal so. Und ich versuche halt einfach immer kreative Rezepte zu finden, was man halt machen kann. Und ich finde zum Beispiel sowas wie der Flammkuchen super geil. Aber, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was nahe bringen. Und dass ihr durch das Video was lernen konntet. I don't know. Aber, ähm, wenn euch das gefallen hat, vergesst nicht, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben. Wer noch nicht Abonnent ist, kann das gerne jetzt werden. Und Abonnent werden. Und checkt auf jeden Fall auch meinen Instagram-Kanal aus. Da ist auch heute wieder der Self-Love-Sunday. Don't forget. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche, Sonntag, bei einem neuen Video wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.